Und der Tom Gröschel von der TC Fico Rostock mit einer 1.05.22. Wir sind gespannt, was sie heute hier auf die Strecke bringen bei diesen besten Bedingungen. Sonst wäre ich kein Sportler, wenn ich nicht auch Sieger werden wollen würde. 20 Jahre, dein Köln, dein Ziel. Er ist ein ganz, ganz zäher Hund, der aber weiß, was er tut. Und das macht ihn so stark. Tobias Blum, Tim, Randame Scherife, Jonas Koller. Also ich bin gespannt. Es wird angegangen auf 65 Minuten und dann werden wir mal sehen, wie sie durchkommen. Ja, ich bin im Frühjahr das erste Mal einen Halbmarathon gelaufen und jetzt beim zweiten ist natürlich die Kenntnis darüber schon da. Und dementsprechend weiß ich, was mich spätestens im letzten Drittel erwartet. Und ich werde wahrscheinlich ein bisschen ruhiger angehen, um das hinten raus ein bisschen besser zu überstehen. Ja, und dann soll es auf jeden Fall eine Bestzeit werden. Unterstützt wird er dann eben durch den Tobi Blum? Ja, wir sind einfach eine Familie und ein Team und das macht morgen auf jeden Fall Spaß. Egal wie es ausgeht am Ende. Wir werden Spaß haben. Wir wollen halt alle auch eine schnelle Zeit laufen. Dementsprechend müssen wir uns da schon gegenseitig auch ein bisschen helfen, gerade auf der ersten Hälfte. Er weiß, was er tut. Er rennt niemals so schnell an. Er würde niemals überpacen. Für mich sind nicht die ersten zwei, drei Kilometer entscheidend, sondern es muss, sage ich mal, eine gute Zeit über zehn stehen und dann geht das Rennen letztendlich erst los. Und ja, wir haben diese perfekte Selbstanschätzung. Das ist eine der großen Stärken von Tom. Ja, meine Macke ist auf jeden Fall, dass mein Auto immer sauber sein muss und ich ziemlich allergisch reagiere, wenn es von innen, gerade von innen, wenn jemand dann da mit schmutzigen Schuhen einsteigt und das ist dreckig. Also mein Lieblingsschuh auf der Straße ist der Nike Streak. Privat, da sind es halt einfach Sneaker, weil ich auch gerne bequem privat unterwegs bin. Ich bleibe beim Jaguar, weil der Jaguar, weil ich den als Tier mag, weil er elegant läuft, schnell läuft und weil ich auch die Automarke sehr mag. In meinem Kühlschrank gibt es eigentlich immer mindestens eine Avocado zu finden, weil ich zum Frühstück immer ein halbes Brötchen mit Avocado esse. Man sollte schon diszipliniert sein und seine Ziele auf jeden Fall kennen, aber man muss dem Ganzen auf jeden Fall immer noch ein Stück weit Lockerheit mitgeben, weil ohne die wird es halt einfach nichts. Selber hat er natürlich häufig auch Pech gehabt durch ein paar Verletzungen und eben durch diese harte Arbeit bei der Polizei. Er muss ja eben erst mal die Ausbildung fertig machen und ist dann immer ein paar Monate von der Bildfläche verschwunden, weil er dann eben Vollzeit arbeiten muss. Und jetzt hat er eben das geschafft. Er ist fertig, er ist freigestellt vom Sport, muss dann eben nicht so oft arbeiten, auch noch ein paar Wochen. Aber er kann sich jetzt viel mehr darauf konzentrieren. Also ich mache mir schon meine Gedanken vor jedem Rennen und ich weiß halt, habe genau meinen Plan. Ich packe einfach alles schon so weit hin und damit ich halt morgen an dem Tag, an dem Tag X, an dem ich halt Höchstleistung bringen möchte, wirklich mich am wenigsten mit möglichst wenig anderem beschäftigen muss. Diese Fokussiertheit schlägt dann in Euphorie um und dann tut auch keine Sehne mehr weh. Dann bin ich einfach so auf meiner Wolke und dann geht es zum Einlaufen und dann geht es zum Start und dann geht es los und dann renne ich einfach. Die Zuschauer am Ende waren halt echt eine super Motivation. Ich kannte sogar den einen oder anderen oder habe die ein oder andere Stimme erkannt und war echt froh, dass ich das so durchbringe konnte jetzt. Die Zeit sitzt hier zweitrangig, das war mir aber am Start schon klar. Sehr gut und deshalb bin ich sehr zufrieden. Ich bin eigentlich ganz happy als Zweiter im Ziel angekommen zu sein. Ich kann jedem empfehlen, hier nach Köln zu kommen, weil die Strecke schon flach ist und eben die Stimmung gut ist. Ich glaube, es gibt wenig Marathons und Halbmarathons, wo die Stimmung da mitteilen kann. Ja, wir sagen immer, das ist so das Stadion am Dom mit den Tribünen links und rechts. Tom Bartels als Reporter des Weltmeisterschaftsfinales wird die Leute hier einheizen. In zwei Jahren ist Europameisterschaft in Berlin. Und deswegen ist es für mich einer der sichersten Kandidaten für die EM 2018, dass er da schon auf dem Level ist, sich zu qualifizieren. Und dann mit ihm zusammen und vielleicht noch mit einem anderen Kumpel wollen wir dann Richtung Tokio gehen. Und es wäre mal ein Traum, dass wir bald zusammen da hinfahren. Und 2020 möchte ich in Tokio einen Marathon laufen.